Nachdenkseiten Die kritische Website Andrei Melnik und sein Faible für Stepan Bandera und Azov Ein Artikel von Sevim Daktelen, verantwortliche Redaktion Der ukrainische Botschafter Andrei Melnik beleidigt und beschimpft. Mit immer neuen und wüsteren Tiraden treibt er die Ampelregierung zur stärkeren Beteiligung Deutschlands am Ukraine-Krieg. Wenige wissen allerdings von seiner Verehrung von Faschisten. Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrei Melnik polarisiert mit immer neuen provozierenden Worten. Mit Beschimpfungen und Beleidigungen treibt er das politische Berlin an. Und er steht für eine Art völkische Sippenhaftung, wenn er sagt, Zitat Alle Russen sind Feinde, Zitat Ende. Seien sie nun für Putin oder gegen ihn. Wie ihn die FAZ am 6. April 2022 zitiert. Mit dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen steht sein Agieren in Deutschland schon lange nicht mehr in Übereinklang. Dazu kommt seine Verehrung für den Stepan Bandera und die Azov-Faschisten. Wer wie Melnik den Nationalkollaborateur Bandera als unseren Helden bezeichnet und zu seinem Grab pilgert oder das rechte Azov-Bataillon als mutig verteidigt, ist mit Nazi-Versteher eigentlich noch wohlwollend beschrieben, Zitat Ende. Entgegnete ich Kritikern meiner Forderung nach Botschafterausweisung. Warum ich das so sehe, will ich im Folgenden ausführen. Wer ist Stepan Bandera? Stepan Bandera war seit 1933 Chef der Organisation ukrainischer Nationalisten, kurz OUN. 1935 erklärte er vor einem Gericht in Polen, seine Idee sei so groß, dass zu ihrer Verwirklichung, Zitat, nicht Hunderte, sondern Tausende von Menschen geopfert werden müssen, Zitat Ende. Die UUN kollaborierte mit dem Dritten Reich. Von den Nazis erhofften sie sich, vergeblich, die Unabhängigkeit der Ukraine. Aufgrund dieser Differenzen kam Bandera im Juli 1941 in sogenannte Ehrenhaft im KZ Sachsenhausen. Ende September 1944 wurde er entlassen und beteiligte sich am Aufbau eines ukrainischen Nationalkomitees, das am 12. März 1945 in Weimar vorgestellt wurde, um Ukrainer für den Endkampf gegen die Sowjetunion zu motivieren. Die OUN hatte ein rechtsextremes, rassistisches Programm. Einer ihrer sogenannten Lebensregeln des ukrainischen Nationalisten lautete, Zitat, Mache aus deiner Familie ein Gefäß für die rassische Reinheit deiner Nation, Zitat Ende. Die Theoriezeitschrift der OUN, Aufbau der Nation, schrieb 1929, Juden seien ein feindlicher Körper in unserem nationalen Organismus. Durch sämtliche Publikationen, auch während des Krieges, zog sich Hetze gegen die sogenannte Judenkommune oder den moskau-jüdischen Apparat. Der von der OUN am 30. Juni 1941 in Lemberg live ausgerufene in Anführungszeichen Regierungschef der Ukraine, Jaroslav Stetsko, schrieb im Juli 1941, Zitat, Daher stehe ich auf dem Standpunkt, dass die Juden vernichtet werden müssen und dass es zweckmäßig ist, in der Ukraine die deutschen Methoden der Judenvernichtung einzuführen, Zitat Ende. Das angestrebte Staatsverständnis der OUN orientierte sich an dem von der faschistischen Ustaschar regierten Kroatien. Ein rassisch-homogener Staat in Hitlers sogenannten Neuen Europa. Kollaboration und Verbrechen Am Überfall auf die Sowjetunion am 20. Juni 1941 nahmen zwei ukrainische Einheiten teil, deren Angehörige von der OUN benannt worden waren, darunter das Bataillon Nachtigall, das am 1. Juli 1941 in Lüff unter Führung von Roman Shoschewitsch am Pogrom an tausenden Juden beteiligt war. Eben dieser Shoschewitsch wurde Ende 1942 Anführer der ukrainischen Aufständischen Armee, kurz UPA, des militärischen Arms der OUN, deren Vorsitzender er ab Sommer 1943 ebenfalls war. Die UPA war nur selten in Kampfhandlungen mit Deutschen verwickelt. Ihre Hauptgegner waren sowjetische Partisanen sowie die polnische Zivilbevölkerung in Wolhynien, dem nordöstlichen Landesteil der Ukraine. 70.000 bis 90.000 Menschen massakrierte die UPA dort 1943. Jüdische Flüchtlinge aus Ghettos oder KZ wurden von der UPA meist ermordet, ebenso viele Roma. Zahlreiche OUN-Mitglieder schlossen sich den Polizeiverbänden der Besatzer an. Nur mit ihrer Hilfe konnten die Nazis überall Juden und Roma identifizieren und ermorden. Näheres zu Bandera und der Ideologie der ukrainischen Nazikollaborateure findet sich in Franziska Bruders Buch »Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben«, die Organisation ukrainischer Nationalisten UUN von 1928 bis 1948, erschienen im Metropol Verlag 2006. Oder im Buch von Zergors Rosolinski Liebe »Stefan Bandera – The Life and Afterlife of an Ukrainian Nationalist – Faschism, Genocide and Cult«, erschienen im Ibidem Verlag 2014. Zusammenfassend lässt sich sagen, »Stefan Bandera war der Anführer einer faschistischen Organisation, die einen ethnisch-homogenen Staat gründen wollte.« Ungeachtet politischer Zerwürfnisse mit den deutschen Nazis agierte die UUN bzw. ihr militärischer Arm UPA als Kollaborateur im Holocaust und ermordete zehntausende Zivilistinnen und Zivilisten. Denkmäler für Bandera heute Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 und der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine 1991 setzte die Glorifizierung von Bandera und UUN als sogenannte Freiheitskämpfe ein. Sie zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Verweise auf UUN-Verbrechen werden als »russische Propaganda« zurückgewiesen. Seit 2014 ist der 14. Oktober, der offizielle Gründungstag der UPA, Feiertag in der Ukraine. Das staatliche »Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg« ordnet UUN und UPA als »Teil der europäischen Freiheitsbewegung« ein. Insbesondere in der Westukraine stehen heute Dutzende Denkmäler zu Ehren Banderas und anderer UUN-Führer. In Ternopil wurde 2021 ein Roman-Schuchjevic-Stadion eröffnet. Das Rathaus in der Hauptstadt Kiew wird immer wieder mit großflächigen Porträts von Bandera und Schuchjevic in Anführungszeichen verziert, zuletzt am 1. Januar 2000, zum Geburtstag Banderas. Die Botschafter Israels und Polens verurteilten die sogenannte »Glorifizierung ethnischer Säuberung« als »Beleidigung«. Der Generalsekretär des jüdischen Weltkongresses sagte 2016 zur Benennung des »Stepan-Bandera-Prospekt« in Kiew, es werde ein Mann geehrt, »dessen Anhänger sich den deutschen Todesschwadronen anschlossen, um während des Holocaust Juden zu ermorden«. Botschafter Melnyk zu Bandera 2015 legte der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk am Grab von Bandera in München Blumen nieder und twitterte, »Bandera sei unser Held. Von dieser Position lässt sich der Kiefer Diplomat bis heute nicht abbringen.« Im Interview der SZ verteidigte er am 14. April 2022 seine Aussagen. Bandera habe lediglich gewisse menschliche Verfehlungen aufzuweisen. Heribert Prantl hatte zuvor in der SZ unter der Fragestellung »Ein Nazi-Kollaborateur als Held« kommentiert, »Irritieren muss freilich die Verehrung, die Andrei Melnyk dem ukrainischen Partisanenführer und Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera entgegenbringt. Dieser Personenkult ist befremdlich.« Bandera ist verurteilter Mörder des polnischen Innenministers Pyraki im Jahr 1934. Er wurde 1940 Anführer des radikal-antisemitischen Flügels der Organisation ukrainischer Nationalisten. Der übernahm nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Lemberg-Liv dort Polizeigewalt und war an Pogromen gegen die jüdische Zivilbevölkerung sowie an der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener beteiligt.« Der Historiker Götz Ali wertete Bandera als »größten ukrainischen Nazi-Kollaborateur und Antisemiten«. Die Bundesregierung zu Melnyk und Bandera Auf meine Nachfrage 2015, inwiefern der Bundesregierung bekannt ist, ob der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrei Melnyk bei seinem Besuch in München am 27. April 2015 am Grab des Antisemiten- und Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera Blumen niederlegte. Und inwieweit es nach Kenntnis der Bundesregierung zutrifft, laut dem polnischen Präsidenten Bronislaw Gomorowski, dass das vom ukrainischen Parlament am 9. April 2015 verabschiedete Gesetz, dass die ehemaligen Mitglieder der Organisation ukrainischer Nationalisten UUN und der Nationalistischen Aufstandsarmee UPA, die im Jahr 1943 die Massaker an der polnischen Bevölkerin Wolhynien begingen, als Unabhängigkeitskämpfe eingestuft und ihnen gesetzlich weite Sozialpräferenzen gewährt hat, den Dialog mit der Ukraine über die polnisch-ukrainische Geschichte verhindert, antwortete der damalige Staatsminister Michael Roth nachzulesen in der Drucksache 18-4773, Frage 19, Zitat Der Bundesregierung ist ein Tweet des ukrainischen Botschafters bekannt, in dem er über seinen Besuch am Grab Banderas berichtet. Dem ukrainischen Botschafter ist unsere Position hierzu hinlänglich bekannt. Die Bundesregierung verurteilt die von der Organisation ukrainischer Nationalisten UUN teilweise unter Leitung Banderas begangenen Verbrechen an polnischen, jüdischen und ukrainischen Zivilisten und Amtsträgern. Dabei ist sie sich bewusst, dass ein erheblicher Anteil an diesen Verbrechen in Kollaboration mit deutschen Besatzungstruppen begangen wurde. Die Aussage des polnischen Präsidenten ist der Bundesregierung bekannt. Das am 9. April von der RADA beschlossene Gesetz über den Rechtsstatus und das Andenken an die Teilnehmer am Kampf für die Unabhängigkeit der Ukraine im 20. Jahrhundert ist bislang nicht in Kraft getreten, sodass seine möglichen Auswirkungen auf den polnisch-ukrainischen Dialog zu historischen Fragen derzeit noch nicht eingeschätzt werden können, Zitat Ende. Plenarprotokoll vom 6. Mai 2015, 18-102, Seite 9775 Botschafter Melnick und das Asov-Regiment Zur Faschistenverehrung von Botschafter Melnick passt seine Haltung zum Asov-Regiment. Nach einem kritischen Bericht in der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit dekreditiert Melnick per Tweet, Zitat Bitte hören Sie auf, das Asov-Regiment zu dämonisieren und Propaganda, jetzt auch mitten im RUS-Verdichtungskrieg, in die Hände zu spielen. Diese mutigen Kämpfer verteidigen ihre Heimat, vor allem die belagerte Stadt Mariupol. Lassen Sie sie in Ruhe, Zitat Ende. In dem vom Melnick monierten Zeitartikel mit dem Titel Extreme Verteidiger schreibt Hauke Friedrichs, dass das Asov-Regiment vor den heftigen Gefechten um Mariupol gut 2000 Mann umfasste, Zitat, von denen eine große Zahl ultranationalistisch und rechtsextrem eingestellt ist, Zitat Ende. Zum Asov-Hintergrund heißt es in dem Zeitbeitrag, den ich hier ausführlich zitieren möchte, da er leider hinter einer Paywall steht und für viele daher vermutlich nicht zugänglich ist. Zitat Das Regiment entstand vor acht Jahren als Asov-Bataillon. Der Name verweist auf das Asovsche Meer. Einer der Gründer war Andrei Bilecki, Anführer der neonazistischen Organisationen Sozialnationale Versammlung und Patriot der Ukraine. Als Russland 2014 die Krim annektierte und angebliche Separatisten, von denen viele aus dem russischen Geheimdienst FSB kamen, Teile des Donbass besetzten, gründeten sich in der Ukraine zahlreiche Freiwilligenverbände. Rechtsradikale, die bereits bei Protesten gegen den prorussischen Präsidenten Viktor Yanukovych auf dem Euromaidan eine Rolle gespielt hatten, zogen in die Schlacht gegen die in Anführungszeichen Kommunisten aus Moskau. Da sie politisch kaum Bedeutung erlangten, suchten Rechtsextreme durch den bewaffneten Kampf ihren Einfluss in der Ukraine auszuweiten. Das gelang vor allem der Asov-Bewegung, der enge Beziehungen zum früheren Innenminister der Ukraine, Arsen Avakov, nachgesagt werden. Zitat Der Slogan geht auf die 20er Jahre zurück und wurde von Stepan Bandera und seinen Anhängern geprägt. Sie bildeten einen einflussreichen und gewaltbereiten Flügel der Organisation ukrainischer Nationalisten UUN, die in der Zwischenkriegszeit für einen unabhängigen ukrainischen Staat kämpften. Die Ultranationalisten verübten Anschläge und sympathisierten mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Zwei Kompanien der UUN nahmen an der Seite der Wehrmacht 1941 am Angriff auf die Sowjetunion teil. Sie waren zudem in Pogrome gegen Juden und Massenmorde involviert. Zitat Ende Asov-Mitglieder fielen, so ist in der Zeit weiter zu lesen, Zitat mit rechtsextremen Symbolen wie der Wolfsangel, die von den Neonazis in der ganzen Welt verwendet wird und der schwarzen Sonne auf und mit zahllosen Gewalttaten. Die UN-Menschenrechtsorganisation OHCHR wirft Anhängern des Bataillons vor, mehrere schwere Verbrechen im Donbass begangen zu haben, darunter Vergewaltigung und Folter. Zitat Ende Asov hat bis heute enge Kontakte zu Nazi-Gruppierungen in aller Welt, beispielsweise zu US-amerikanischen Anhängern der Theorie, der weißen Überlegenheit, zu NPD, Dritter Weg, Identitäre Bewegung und so weiter. Exemplarisch sei die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion Die Linke zitiert. Zitat Das Projekt Kraftquell wurde nach eigenen Angaben im Juli 2018 von Angehörigen der Asov-Bewegung und deutschen Rechtsextremisten gegründet. Gründungsort war das sogenannte Haus Montag in Pirna, Sachsen, das auch als Sitz der Geschäftsstelle des örtlichen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands NPD-Kreisverbandes fungiert. Hauptzweck des Projektes soll die Vermittlung von Ferienaufenthalten in Deutschland sein, die Familienmitgliedern von Angehörigen des Asov-Regiments zugutekommen sollen. Mutmaßlich sollten diese sogenannten Ferienaufenthalte unter anderem der Festigung von Verbindungen zwischen deutschen und ukrainischen Rechtsextremisten dienen. Zitat Ende Weiter heißt es in der Bundestagsdrucksache 19-26359 vom Januar 2021, Zitat Bei der Gruppierung Misanthropic Division, kurz MD, handelt es sich um eine rechtsextremistische beziehungsweise nationalsozialistische Organisation, die ihre Wurzeln in der Ukraine hat. Die MD ist eng mit dem Asov-Regiment in der Ukraine verbunden und war an dortigen Kampfhandlungen beteiligt. Zitat Ende Während sich Botschafter Melnyk bedingungslos hinter die Asov-Kämpfer stellt und antifaschistische Kritik als Dämonisierung mutiger Kämpfer und Heimatschütze zu denunzieren versucht oder als Beiwerk zu russischer Propaganda, heißt es in dem von ihm zurückgewiesenen Zeitartikel, Zitat Wie das Asov-Regiment derzeit vorgeht, darüber fehlen Informationen. Russland wirft dessen Kämpfern vor, Zivilisten an der Flucht aus Mariupol zu hindern. Die Ukrainer dementieren das, Zitat Ende. Zeitautor Hauke Friedrichs gibt abschließend zu bedenken, Zitat, Das Asov-Regiment, daran lässt es keinen Zweifel ankommen, sieht sich selbst als einzig wahren Hort von Patrioten, die einen Kreuzzug führen gegen Separatisten, Russen und alle Andersdenkenden. Im Krieg mögen solche Kräfte der ukrainischen Regierung nützlich sein. Fraglich bleibt, was aus dem Regiment wird, wenn der Konflikt vorbei ist. Militärisch gedrillte Neonazis mit Kampferfahrung, mit Panzerfäusten und Sturmgewehren dürften sich kaum wieder einfach so einem demokratisch gewählten Präsidenten unterordnen, Zitat Ende. Weißwaschungsversuche für Asov Grundzeuge für eine Weißwaschung ist aktuell der ukrainische Politikwissenschaftler Anton Tschechowtsov, der in mehreren deutschen Medien erklärt, das Asov-Regiment ist keine extremistische Organisation. Das heutige Regiment habe nichts mehr mit dem neonazistischen Bataillon zu tun. Das Asov-Regiment sei heute eine hochprofessionelle Spezialeinheit, keine politische Organisation, keine Miliz, kein rechtsextremes Bataillon. Asov-Angehörige führten in Mariupol einen selbstlosen, epischen Kampf. Wie der Hamburger Spiegel berichtet, distanzierte sich die militärische Führung des Asov-Regiments Ende März gegenüber dem US-Sender CNN vom rechten Nationalkorps und, wenn auch butterweich, wie der Spiegel formuliert, vom ehemaligen Kommandeur Andrei Bilecki. Den schätze und respektiere man zwar als Gründer und ersten Kommandeur, Zitat, aber wir haben nichts mit seinen politischen Aktivitäten und der Partei Nationales Korps zu tun, Zitat Ende. Michael Colburn, kanadischer Journalist und Autor des Buches »From the Fires of War, Ukraine's Asov Movement and the Global Far Right« widerspricht, Zitat, »Es stimmt, dass das Asov-Regiment, das der ukrainischen Nationalgarde unterstellt ist, in den letzten Jahren, zumindest seit 2018 oder 2019, eine gewisse Professionalisierung erfahren hat, Zitat Ende«, schreibt Colburn auf Spiegel-Anfrage. Selbst Kritiker des Regiments müssten demnach zugeben, Zitat, »dass es sich um eine fähige, gut ausgebildete Militäreinheit handele.« Zudem fungiere das Regiment unter einer anderen rechtlichen Autorität als der Rest der Asov-Bewegung, da es dem Innenministerium unterstellt sei, Zitat Ende. Weiter heißt es im Spiegel unter Verweis auf Colburn, der als Mitarbeiter beim Recherchenetzwerk Bellingcat jedweden prorussischen Sympathien oder Lobbytätigkeiten unverdächtig sein dürfte, Zitat, Die Annahme jedoch, man könne das Regiment von der breiteren politischen Bewegung trennen, deren öffentliches Gesicht Bileckis Partei sei, weist Colburn jedoch deutlich zurück. Das Regiment sei untrennbar mit der breiteren asowschen Bewegung verbunden, schreibt Colburn. Seit der Invasion unterstütze die Bewegung etwa regelmäßig Spendenaktionen und inländische Rekrutierungsbemühungen für das Regiment. Tausende Ukrainer sollen der Bewegung angehören. Die Verbindungen zwischen Regiment und Partei sind leicht zu finden. Bilecki spricht bei jährlich stattfindenden Gedenkfeiern für die Gefallenen. Vertreter des Nationalen Korps sind in der nach einem ukrainischen Nationalisten benannten Militärschule des Regiments bis in die jüngere Vergangenheit als Dozenten aufgetreten. Bilecki äußerte sich bis in die jüngste Vergangenheit hinein auch gegenüber Qualitätsmedien wie der Financial Times de facto als Sprecher des Regiments. Von Rechtsextremen und Neonazis im Ausland wird das Asow-Regiment weithin als gleichgesinnt wahrgenommen, wie Unterstützungsbotschaften in sozialen Netzwerken seit Beginn dieses Krieges zeigen. Zitat Ende. So, wie Botschafter Melnyk die mutigen Kämpfe bei Asow beschwört, verteidigt er weiterhin die Faschistenverehrung in seinem Land. Am 3. April wies er in Anführungszeichen Heribert, Brandl und Co. zurecht. Zitat Man muss hier Sigmund A. Königsberg, Beauftragter gegen Antisemitismus der jüdischen Gemeinde in Berlin, beipflichten, wenn er bekundet, Zitat Ich kann nicht schweigen, wenn Mörder, Verbrecher und Antisemiten zu Helden hochstilisiert werden. Zitat Ende. Quellennachweise und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.